Willkommen zu einer neuen Social Movie Night und dieses Mal geht es um Central Intelligence, der Buddy-Action-Komödie mit Dwayne Johnson und Kevin Hart in den Hauptrollen. Ab dem 16.06. startet der Film in den deutschen Kinos und heute sind sie live bei dir hier vor Ort bei der Social Movie Night. 700 Leute warten draußen. Als Co-host diesmal dabei Julian Bam und Sheng Loof das allererste Mal. Was kann ich nur sagen, weil ich mich auf diesen Abend freue. Große Stars, hoffentlich viel, viel zu lachen und vor allem ganz, ganz viel Spaß bei bestem Wetter. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video zur Social Movie Night zu Central Intelligence. Wir haben es jetzt ungefähr zwei Stunden, anderthalb Stunden, bevor überhaupt der Gäste-Counter von der Social Movie Night aufgeht. Man sieht jetzt nämlich schon im Hintergrund, dass da so ein paar erste Leute sich versammeln. Da sind schon 20, 30 Leute. Das wird eine Riesenschlange, 700 Leute, die nachher da stehen. Und das Schöne ist, wir haben heute 28 Grad mitten in Berlin und haben draußen auch zum Thema Action-Komödie verschiedene Action-Spots, die gerade erst aufgebaut werden. Und ich dachte mir, gehen wir da mal kurz rum, einfach nur, um zu zeigen, wie das so im Hintergrund abläuft. Weil da hat das immer so diesen Hochglanz-Charakter von dem Event selbst und hier entsteht alles noch. Zum Beispiel können die Leute heute klettern. Hier haben wir eine, weiß ich nicht, Central Intelligence Kletterwand, aber das ist ein Kreis. Das heißt, wenn man sich jetzt hier ranhängt und versucht zu klettern, fängt an, dieser Kreis sich zu drehen und du musst immer weiter klettern und weiter klettern. Ergo, dein Körpergewicht kämpft gegen dich, was in meinem Fall natürlich die Hölle ist und deswegen nicht so gut. Nämlich eine zweite schöne Sache, die wir haben, das sieht man jetzt schon so ein bisschen hier rechts, ganz, ganz lang. Wir haben ein Bungee Run. Das kennt ihr vielleicht, da wird den Leuten ein Seil umgebunden, Bungee-Seil im Grunde, und sie müssen dann versuchen, zu rennen und gegen dieses Seil anzulaufen, diesen Gang hier runter, von da hinten hier vor. Und wir werden wahrscheinlich auch amtlich auf die Fresse fliegen. Das ist natürlich Action pur und macht großen Spaß. Dann werden wir auch noch einen großen DJ-Truck haben, der heute alles schön beschallt. Wer zu kräftig ist heute, kann auch noch versuchen, sich an der Hau den Luca Central Intelligence Version drauf zu hauen und zu gucken, ist er nur so stark wie Kevin Hart oder doch so stark wie Dwayne Johnson, während sich andere, das finde ich auch lustig, einen Klettverschlussanzug, im Grunde ist das Prinzip, anziehen können und dann Anlauf nehmen, auf ein Sprungbrett hier springen und dann an der Wand haften bleiben. Das finde ich richtig skurril, da habe ich auch selber ein bisschen Schiss vor, ich glaube, das mache ich nicht. Zu guter Letzt, Action-Komödie ohne Schießen, es geht um die CIA, das gibt es ja gar nicht. Hier wird heute noch nicht scharf geschossen, aber geschossen mit Zeitlimits. Da hat man hier fünf Ziele, die stehen dann da hinten, auf die schießt man, muss vorher auf den Buzzer drücken und als man es geschafft hat, wieder drauf drücken, dann wird die Uhrzeit angezeigt. Das ist die Uhrzeit, die Zeit, die man gebraucht hat, um das zu machen und so kann man gegeneinander antreten. Und das war so der kleine Rundgang hinter den Kulissen. Wie gesagt, in 90 Minuten ist hier großer Einlass, aber daran wollen wir euch auch teilhaben lassen und damit ganz, ganz viel Spaß zum Video zur Social Movie Night zu Central Intelligence. Ich brauche deine Fähigkeiten, um die gesamte freie Welt zu retten. Bereit? Nein! Hammer, dann los! Nein, ich sage dir nein! Social Movie Night und es kann losgehen! Nein, ich sage dir nein! 2, 3, 2, 3, go! Seit wann sind Sie da? Seit heute früh. Siehste? Was überbietet ihr jetzt heute früh? Ja, wir können ja schlecht während der Schulzeit hierher kommen und wir sind sozusagen direkt nach der Schulzeit. Als ich in deinem Alter war, da wäre ich auch nicht gekommen. Das ist ja nicht sehr löblich. Sie waren in der Schule, deswegen gibt es zwei Tickets. Ich möchte, dass alle wissen, dass die Social Movie Night ein sozial-pädagogisch wichtig ist. Your friends are inside and your outside. What kind of friends do you have? Er ist jetzt ganz alleine. Wer ist noch alleine von euch? Ihr habt auf einmal alle keine Freunde mehr. Das ist nicht so geil. Du bist alleine? Dann musst du jetzt aber mit denen. Der ist bei Homeland gewesen. Der ist CIA-Agent. Der passt auf dich auf. Ich darf euch dabei gratulieren. Ihr habt gerade bei Analog Live Tinder gewonnen. Hier habt ihr zwei Tickets. Wow, the thing is like, now here's a date. You guys are hanging out together. It's over. Ich erinnere mich deutlich gesagt zu haben, ich bin raus. Ich weiß, aber die denken, du bist drin. Na, no, 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 no. Drei, zwei, eins. Yes! Yes! Oh! Tscheng, Alter, hast du dich gesehen? Direkt ins Gesicht. So. Geh'n Schritt zurück. 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 Welchen Wagen nehmen wir? Den nicht. Oh mein Gott. Oh Gott! Du bist freiwillig ein CIA-Spion geworden. Weil ich Schläger-Tippen hasse. Du bist wie Jason Bourne, nur mit Jeanshorts. Hast du gesehen, Bob? Ich hab's getan! Ich hab's getan, Bob! Ja! 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 Oh shit, Achtung, lost control! Do I have any The Rock fans in here, any Rock fans? You stood up with The Rock's face on your shirt, sir, I want him removed, get him out of here. Hey Kevin, go fuck yourself. No, 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 don't you tell me to go fuck myself in front of these people, nine, 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 okay? That's German if you didn't know it, because we're in Germany, asshole, so why don't you go fuck yourself, Dwayne? How about that? At the same time, let's introduce the movie, okay? All right, at the same time, on the count of three, you ready? Wait, you count. Yes. You count. Hold on, how, introduce it how? What do we mean, introduce how? How? I mean, that's the thing, like you and I got to be like, hey, ladies and gentlemen, central intelligence, or it's going to be like, ladies and gentlemen. Well, I don't want to say it like that. No, I want to be like, ladies and gentlemen, like that, like cool. That's the way you're going to do it? Yeah, I'm going to do it like that. Okay, cool. Ready? On three. Ready? Ladies and gentlemen. Okay, on three. One, two, three. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Wait. You did it the stupid way. Yours was stupid. I'm going to go up. No, yours fucking suck. Okay, I'm going to go up. You go down. You go up, I go down. All right, here we go. This is it. One, two, three. Ladies and gentlemen. We bring you. Sensual intelligence. Yes! You're the best at the high school. That's the total transformation. You were the fat Robbie. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it. Never gonna get it. Whoa, 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 whoa! Never gonna get it, never gonna get it. How did you get it? Mir hat der Film extrem gut gefallen. Also ich habe, um ehrlich zu sein, mir nicht mal den Trailer angeguckt, weil oftmals Trailer für mich viel zu viel verraten, aber der Film, der hat mich echt geflasht. Es war unglaublich. Ich hab so viel gelacht. Die Stimmung im Saal war großartig. Vor allem Kevin Hart war überraschenderweise ja gar nicht mal so das Zentrum der witzigen Aufmerksamkeit. The Rock hat das super hingekriegt. Also ich muss sagen, selten so was geiles gesehen. Ich fand den Cast richtig geil. Erstens halt so die Konstellation von den beiden, wie die einfach harmoniert haben miteinander. Das war einfach perfekt in so vielen Situationen. Die Pointen waren echt on point. Mhm, mhm, mhm. War lustig, actionreich. Nur doch lustig, lustig, lustig. Dass ich heute eingeladen wurde und dort unten neben Robert Hoffmann sprechen durfte, das war schon ein echtes Event. Hat Spaß gemacht. Ich mochte einfach den Charakter, den The Rock gespielt hat. Kevin Hart war natürlich auch wieder top. Super, hat mir echt gut gefallen. Ich fand das beide hier heute zu haben total beeindruckend. Beide haben sich über die Kinoseele gebettelt. Die Stimmung war gigantisch. Wir hatten ein tolles Wetter, ein schönes Event. Und die Leute freuen sich auch, dass sie als erste diesen Film sehen durften. Und das ist immer eine tolle Energie. Und sehr, sehr froh, so eine Komödie, die auch so schön breit funktioniert, heute Abend hier lebt zu haben. Hier im nächsten Jahr, bis zum nächsten gewesen,